Das TextGrid Lab ist der Einstiegspunkt in die kollaborative virtuelle Forschungsumgebung TextGrid. Neben der standortunabhängigen Zusammenarbeit ermöglicht das Lab die gemeinsame Nutzung von Werkzeugen, Daten und Methoden. Die aktuelle Version des TextGrid Lab können Sie kostenlos vom Download-Bereich der TextGrid-Website herunterladen. Die Software steht dort als komprimierte ZIP-Datei für verschiedene Betriebssysteme zur Verfügung. Speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihre Festplatte und entpacken Sie die Datei in ein beliebiges Verzeichnis. Als portable Software nimmt das TextGrid Lab keine Veränderungen an Ihrem Betriebssystem vor und kann beispielsweise auch von einem USB-Laufwerk ausgestattet werden. Als einzige Systemanforderung müssen Sie eine Java-Laufzeitumgebung in Version 6 oder höher installieren, bevor Sie das TextGrid Lab verwenden können. Sie können die aktuelle Version von der Java-Website herunterladen. Bitte beachten Sie unter Windows, dass diese Version in der Systemsteuerung unter dem Punkt Java als aktive Version ausgewählt sein muss. Jetzt können Sie die ausführbare Datei TextGrid Lab.exe in dem von Ihnen gewählten Verzeichnis mit einem Doppelklick starten. Die Nutzung des TextGrid Lab ist kostenlos. Ohne Nutzerkennung haben Sie allerdings nur Zugriff auf die Suche und die Wörterbücher. Um alle Funktionen des TextGrid Lab nutzen zu können, müssen Sie sich einloggen. Weitere Informationen finden Sie im Tutorial das Login. Alles klar. Und dieses TextGrid Lab